Das ist gut so. Da kannst du als Fotograf viel lernen. Ich habe Rammstein dreimal live gesehen. Ich muss sagen, allein dieser Fotograf... ... ist Hammer geil. Das ist gut so. Das ist gut so. Dann kannst du als Fotograf viel lernen. Ich habe Rammstein dreimal live gesehen. Ich muss sagen, allein diese Fotografie ist hammer geil. Die Jasse hat so ein Ding. Ah ja, so weiss ich das. Und dann kannst du oben zu... Hau mal raus. Hau mal geile Bilder. Schaut auch nicht. Ich muss mal so ein Ding mal kaufen. Das ist schön. Das ist auch gut. Lass mal den Stoff den fallen, ganz kurz. Und nimm die Hände so richtig... So. Ja genau. Ja. Und jetzt blick noch mehr in die... So weg. In mehr Profil. Und die Augen zu machen. So bleibt. Oder einfach niederschlagen. So ist gut. So ist gut. Das ist geil. Weil jetzt sieht man nämlich die... Wunderschön die Körperform hier. Mit dem Tuch kommt das Hammer gut. Gut. Okay. Jawohl. Perfekt. So jetzt mach mal Dominant. Machst du mal so in die Hüften. So. Und rückst du so ein bisschen. Und guck in die Hand. Schön. Bleib so. Klasse. Auf und holen. Ganz tolles Problem. Das ist gut. Super. Schön. Schön. Ja. Ja. Okay. So ja. Das ist da. Da liest du. Warte mal. Ich muss nicht nachbremst. Gerne aus dem Lichten. Ja geh ruhig rüber. Streh mich. Kannst du den Kopf jetzt zu? Ja jetzt ist gut. So jetzt alles wird gut. Jetzt ist gut. Perfekt. Immer wenn sie. Wir haben einen ganz engen Kanal. Muss man immer gucken wo es liegt. Dann spürt es nichts. So schön. Ja jetzt. Okay und der nächste. Ja mach mal. Machen wir mal gern. Ja. War jeder schon gewesen dann? Ja. Wenn noch jemand eine andere Pose willst oder komm. Die Arme hoch. Amerikan hoch. Ja. So. Ja. Und die Augen. So ist gut. Bammer. Da unten fällt mir was nicht. Guck mal. Ja. Wir müssen Photoshop nicht quälen wenn wir es gleich machen. So ist gut. Ja jetzt ist gut. Jawohl. Fällt mir jetzt der Schnitt wo du machst gar nicht was ich da sehe. Weil unten ohne Gra ist wirkt das Bild nicht. Es macht keinen Sinn hier ein amerikanischer Schnitt am Oberschenkel zu machen. Also das wäre. Wann? Dann brauchen wir das nicht. Dann wird man den Kuba nicht gebraucht.